Der Rechte ist meiner. Auf die Plätze. Drei, zwei, Halt! Verdammt, das war genannt. Zu viele, wir müssen ausweichen. Bewegen, wenn ich es sage, aber Kopf unten lassen. Folge mir. Ah, ich sehe da hinten einen. Muss mal kurz warten und leise sein. Wie wäre es, wenn ich den da oben ausschalte? Den sieht doch eh keiner. Oh, sollte man schon gucken. Wo ist eigentlich meine Stealth-Anzeige? Hm. Da steht einer. Sie kommen hierher, still bleiben. Ich bleibe doch still. Habt ihr das gehört? Von welchem Amerikaner reden die? Keine Ahnung. Darum können wir uns später Sorgen machen. Wir haben ja einen dickeren Fisch an der Angel. Okay, weiter. Vorsichtig. Hm. Okay. Hoffen wir mal, dass der Kerl uns da oben auf der Brücke nicht sieht. Dennoch hätte ich die gerne erledigt. Ah, okay. Ich bin doch schon unten. Lass sie vorbei. Hm. Ja, alle gekriegt hätten wir sowieso nicht. Anderson, folge mir. Hm, hm. Hm, hm, hm. Jetzt können wir auch einmal sprinden. Unten bleiben. Nimm den nächsten, oder lass den anderen für mich. Okay, und das heißt... Wo ist die... E? Das Herz. Naja. Hm. Anweisung vom Spotter genau befolgen. Naja. Mal sehen. Mehrere hinter dem zentralen Geländestreifen. Das müssen wir ganz vorsichtig angehen. In Bereitschaft bleiben. Ich sag an, was läuft. Bereits. Vorsicht. Ziel nähert sich in unsere Richtung. Nehmt den Abbruch. Boot in unserem Sichtfeld. Nicht schießen. Verdammte Scheiße. Ja, ich weiß. Abwarten und Tee trinken. So sieht's aus. Hm. Mist. Ruhig bleiben. Noch nicht schießen. Hey, Kork! Zurück! 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 Все равно надо попроверить! Sattись поудобнее! Das war knapp. Boot ist aus dem Weg. Ballere sein Hirn weg, bevor er zurückkommt. Okay, der Knabe auf dem Anleger ist allein. Feuer frei. Hm. Das rackelt alles ein bisschen hier. Feuer frei. Leg an. Linke Seite. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Den nehme ich. Okay. Nein. Ach, verdammt. Hallööö. Gl association. Scheiße war das. Racer 3.1. Gib mir ein Lagebericht. Wir ist 3.1. Wenig Widerstand am westlichen Ufer. Unsere ungefähre Ankunft. Zeit am Treffpunkt ist planmäßig. Over. Verstanden. 3.1. Mal mit der Ruhekeller. Hurra! Hm. So ein Mist aber auch. Was haben wir eigentlich hier? Aha, ein Medikit. Sowas sollte man nie irgendwie... Meine Munition ist voll. Hm. Na dann. Halt. An den beiden auf dem Vorsprung kommen wir nicht unbemerkt vorbei. Nimm den rechten ins Visier. Ich nehme den linken. Hm. Folge mir. So geht's. Allerdings haben wir hier noch ein paar andere Jungs. Feuer einstellen. Abwarten. Unter dem Steg. Mhm. Den nicht einfach irgendwie... Naja, aber gut. Was soll's. Unten bleiben. Ja, ist schon wieder dieses Boot. Nicht eingreifen. Muss auch einer gewesen. Okay, weiter. Vorsichtig. Aha, aha. War recht knapp. Nach links. Hey, придurk. Посмотри вокруг. Du bist auf einem wögelen Oster. Und du kannst nicht da mit dir spüren. Hm, hm, hm. Ich höre etwas. Oh, du bist so wie ein Schrank. 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 Ja, oder nicht? Das ist normal. Ich habe zwei Stunden nicht spiel. Nein. Was ist so wie ein Schrank? Okay, weiter. Vorsichtig. Ich habe mich auf den Schrank. Ich habe mich auf den Schrank. Ich habe mich auf den Schrank. Was? Der will da hoch. Feind geradeaus. Schalt ihn leise aus. Roger. Den muss ich beim Knife killen. Vor allem, dass der dabei nichts sagt. Echt verrückt. Okay, hier können wir also ohne Probleme rennen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen, naja, verrückt, würde ich mal sagen. Aber okay. Ein dämlicher Puls geht so hoch. Verdammt, was ist das? Ziviles Sportflugzeug, alte Bauart. Sieht instabil aus. Kriegen wir das in Gang? Wir haben keine Wahl. Das Ding versperrt uns die Sicht. Nach dir. Ich könnte es dir. Da wo Negro los mit dem Club. Auch. Ja, Still. Suden sehen wir über Eleے nach directors. Geheim. Geheim. Okay, width. Geheim. Das wird nicht einfach werden. Das ist es nie. Nicht zur rechten Campseite. Die Position im Wasser ist zu offen. Da werden wir in Fetzen gerissen. Links ist deutlich besser. Wenn wir unsere Karten richtig ausspielen, können wir sie dezimieren. Schieß auf mein Kommando. Wir müssen hier ganz präzise vorgehen. Teil aus. Was? Immer der Reihe nach. Checkt die beiden auf der Sandbank, die das Boot reparieren. Zuerst den, der den Motor repariert. Das funktioniert doch mal. Jetzt den zweiten anvisieren. Scharfschütze im höchsten Haus. Erst Priorität Nummer 1. Ja, würde ich auch mal sagen. Schau nach links. Unser Mann umkreist das Gebäude wie ein Geier. Warte, bis er hinter der linken Mauer untertaucht. Zwei Soldaten hängen im Haus herum. Siehst du sie? Moment. Ich sehe sie. Schieß auf das Funkgerät rechts vom Haus. Das lenkt sie ab. Oh, da. Ach, da. Okay. Alles klar. Einen längst zumindest ab. Wer ist denn zuerst? Draußen oder drinnen? Ich würde eher sagen draußen. Ups. Okay, erst den. Jetzt den zweiten anvisieren. Komm schon. Aha. Was ist das jetzt für ein Schuss? Abschuss bestätigt. Ich glaube, wir sind dir nicht mehr erwünscht. Wir könnten der Scheiße halt nicht irgendwo fest. Bevor man die Luft ausgeht. Ja, das wäre irgendwie sinnvoll. Hm. Okay, ich habe Platz zum Stehen. Den an meinem G habe ich. Ja, mir geht gleich der Sauerstoff aus, Leute. Außerdem rostet mein Gewehr jetzt gerade im Wasser ein bisschen vor sich hin. Ja, nix los. Jetzt muss ich irgendwie nach oben zu meinem Kollegen schwimmen. Auf geht's. Komm schon. Hey. Hör auf mit dem Blödsinn die ganze Zeit zu tauchen. Wir werden das hier gleich untersuchen. Ich habe mir auch gerade gedacht. Nur weiß ich gerade nicht, wo ich hier lang muss. Achso, ich könnte ja auch mal aufstehen. So. Hallo. Kann ich mal? Ist das dein Ernst? Wo muss ich denn hier lang? Hier hinten. Okay. Okay. Und worauf warten wir jetzt noch? Ja, da ist mein Spotter. Und? Hallö. Hm. 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 Ich glaube, ich habe es versaubert, als ich entdeckt wurde im Moment. Ja. Schon klar. Jetzt muss ich wohl auftauchen. Äh. Bin ich...